OAAD.de, One Every Day keeps the doctor away. 3.399 Gesamtbewertung zum Zeitpunkt der Aufnahme, 4,5 von 5 Sterne ist die Durchschnittssternebewertung. Mint Browser ist one of the best Webbrowsers for Android-Phones. Naja, würde ich nicht unterschreiben, aber gut, er ist auf jeden Fall okay. Privacy ist 10 Megabyte, ein bisschen mehr als 10 Megabyte groß. User-Friendly Design, Voice Search, Full Featured UI, Incognito Mode, Reading Mode, Mobile Data Saving Options, das ist schön, dass das integriert ist. Was mich persönlich stört, ist diese Suchleiste, könnt ihr nicht an den unteren Rand bewegen und es gibt keinen Fullscreen-Modus beim Browsen. Das ist im Prinzip beim großen Display egal, aber schön wäre es trotzdem. Also er ist okay, wenn man einen Ersatzbrowser sucht für Chrome oder einfach mal die Browser durchgehen will, da kann man sich Min-Browser durchaus mal anschauen, aber den besten Browser würde ich den bestimmt nicht nennen. So, Min-Browser von Xiaomi. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich Tschau und Bye-Bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatalk, gplus.deo slash oneappatalk oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatalk. Ciao, 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 Ciao Vielen Dank.